bleiben wir doch lieber bei dem sender ich glaube es nicht schlecht welcher ist das was fm online ok neueste so 87 kilometer unterwegs nach osnabrück ich glaube es war wieder zeit seien ich schon mit dem flixbus gefahren ich muss sagen ich bin noch nie mit flixbus gefahren und jetzt da ich bei den führerschein habe wird das wahrscheinlich auch nie vorkommen aber ich frage mich also wie es in so ein flixbus ist das schlecht oder ist das gut ich habe keine ahnung ich weiß es nicht naja ja warte gleich zeige ich dir jetzt geht es nur geradeaus mädchen siehst das voll gut ne die ampel ist rot egal ich habe sie nicht gesehen nein noch nie tatsächlich so guck mal ich bremse gar an die am bild kennt man gar nicht von mir also wenn ich jetzt den neutralen gang rein mache dann stehen wir sehr gut okay dann muss gleich wieder den gang hochschalten und dann rollen wir auch nicht dauernd vorwärts voll gut was wenn ich jetzt gas gebe passiert gar nichts okay ich kann sogar frei hätte ich gerade ausfahren das konnte keanu reeves nämlich nicht okay es ist leider sehr viellandstraße ich so gut wie gar keine autobahn aber das passt schon ich habe irgendwie hunger und was möchte ich essen ich glaube ich habe noch reis und süße soße wollen vom china mann ich kann beim chinesen irgendwie immer nur also ich kann es auch mein ohr noch ein bisschen leise machen voll gut ich kann beim china mann irgendwie immer nur chinesisch mit also hähnchen zartes hähnchen und süßsauere soße essen das wird eine scharfe kurve die habe ich zu scharf genommen aber sind im bielefeld ja guck mal da kann man ja doch hin ich habe immer nur ich kann vom china mann immer nur süßsauer mit hähnchen mit valitem hähnchenfleisch oder ente oder sowas essen und reis ich weiß nicht so chinesisch sonst das geht alles einfach nicht so wirklich an mich es geht nicht wirklich an mich so so sehen wir nicht den gang jetzt einfach raus machen während wir fahren ok motorbremse ist ich dachte vielleicht dass der motor uns dann automatisch runter bremst so macht er nicht so können wir fahren ich habe das mit den gängen nicht keine ahnung ich weiß nicht ob ich das jemals verstehen werde jetzt ist der gang drin ich weiß nicht ob ich das jemals verstehen werde keine ahnung aber ich glaube das schaltet gerade automatisch hoch jetzt hat er automatisch hochgeschaltet alles klar ok automatik halt bin ich noch nie gefahren und daher keine ahnung man muss ich eigentlich tanken wo sehe ich das hier ich war sie nicht dass sie ganz schön heizt ja gut das ist also wirklich relativ und ich habe vorhin schon gesagt meine klimanagestell auf 21 grad so heiß ist das gar nicht so dann halt jetzt herr doll mal klug finden sie nicht dass sie ganz schön heizen findest du nicht dass du mich mal größer am hinteren lecken kann ok wo steht wo ich tanken muss oder war nicht tanken muss das steht da gar nicht das musste aber stehen hoffen wir einfach mal dass sowas wird aber ich glaube das ding blinkt ja auch sowieso wenn man keine tankfüllung mehr hat haben sie nicht das tempolimit gesehen nein aber es ist gut dass du mich darauf hinweist weil ja weißt also das gibt eine ganz schlechte punktzahl ich hoffe das wisst ihr aber ganz ehrlich dafür dass es meine erste fahrt mit manueller steuerung ist und die lenkung ist auch wirklich anders da dachte ich wirklich ich verhalte mich schlimmer und auch wenn einige experten daraus jetzt wahrscheinlich die hand über den kopf zusammenschlagen und sagen oh mein gott das ist ja fürchterlich das kann der ja gar nicht ähm ich muss mich mit der schaltung natürlich erst mal vertraut machen ich kenne mich da jetzt nicht so wirklich aus ich bin doch noch nie automatik gefahren äh und beim beim oral schlag simulatoren musste ja gar nichts machen ich kann mich jetzt wieder schneller fahren wann die alte tona verunsehert mich die ganze zeit ja wie gesagt ich musste da auch erst mal äh so ein bisschen mit klarkommen und ich finde dafür machen wir es aber eigentlich ganz schlecht gar nicht mal so schlecht oder geht und ich muss auch noch mal sagen dass ich mich sehr 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 auf der bus von 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 tml studios freue das ist ja der neue bus simulatoren die momentan entwickeln auf basis von diesem fernbussimulator als ist ein eigenständiges spiel aber es ist eben von der engine her also auch unreal engine und sowas da brauche ich mich wirklich sehr sehr darauf da bin ich sehr sehr gespannt auf wie das spiel am ende wird ja da freue ich mich wo da freue ich mich drauf ich bin bin sehr gespannt ich weiß nicht ob das genauso cool wird auch genauso spaß machen wird aber ich glaube doch schon jetzt noch 70 hier ist in stadt ne aber naja ok ok wenn das da so stated machen wir dann auch mal nech ach guck mal hier ist ne tanker alles klar jetzt hier war überhaupt kein schild gewesen dass wir nur noch 50 fahren kann du alte bitch das musste ich jetzt mal sagen tut mir leid ich hab nirgendwo ein schild gesehen vielleicht bin ich auch einfach nur blind das kann auch sein vielleicht wollte ich es nicht sehen doch kommt schon die ampel wird grün nicht nicht stehen bleiben jetzt komm wir schaffen das im rollen ja mann perfekt einfach perfekt das ist es mein freundes was perfekt geil ist fertig dachte das wäre werbe jingel Ich muss mal gucken, dass ich Simulator 1 vorher hier anknüppel, weil das ist, ganz ehrlich, das ist, ne, einfach nein. Ach komm, na also, was sagt denn hier? Fahr los! Hallo, du Sporten! Das kann ja wohl nicht, wa? Das kann meine Oma ja besser als du, wa? Oh, der glaub ich wär doch auch nicht schnell hier, wa? Aber wir fahren jetzt mal hier nicht allzu schnell. Aber ich hatte vorhin, vorhin hatten wir einen ordentlichen Unfall gebaut, ne? Habt mich recht den Sinn, ich bin glaub ich ein Polizisten drauf gefahren, obwohl ich, zu meiner Verteidigung gesagt, obwohl ich, warte mal, muss ich grad mal ran fahren. Wir sind schon da? Wow! Aus einer Brücke freigeschaltet, cool! Ich stehe aber ein bisschen, warte mal. Komm, wir nutzen mal den Rückwärtsgang. Ne, in die Richtung glaub ich. Achso, Gas geben. Haha. Ich stehe ein bisschen hier auf der Dings, auf dem Droddevant. Oh, Moment. Neutral und jetzt ist der Erste. So. Jetzt glaub ich stimmt's, oder? Okay, Motor aus. So. Gang noch runter, Zündung können wir anmachen. Aber sonst nichts und dann steigen wir aus. Und dann sag ich aber, vielen Dank Leute! Hey, wo ist mein Applaus? Hey. Äh, okay. Dann halt nicht. So, warte. Warte. Ach guck mal, perfekt. Wir stehen super. Warte. Hier. Hier. Und wie war's? Hm? Familienfoto! Okay, habt ihr auch euer Gepäck? Ja gut, dann würde ich mal sagen, äh, geh ich mal in den Bus. Ne, mach hier alles zu. Sind alle raus. Will da nicht noch jemand mitnehmen? Die LED-Beleuchtung ist sehr sexy, muss ich sagen. So. Setz mich hier wieder hin. Ja und dann, ne? Sind wir fertig, oder wat? Warte. Ausloggen. Juhu! Sehr schön. Wir haben's geschafft. Wie gesagt, das EP ist diesmal nicht so gut. Ich glaub, die Verkehrsregeln sind... Uah! 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 Achso! Oh, hier haben wir wirklich volle Punktzahl! Geil! Mega! Cool! Fortsetzen! Sehr gut! Liebe Freunde, ich würde einfach behaupten, ich weiß, wie lange nehme ich denn jetzt auf? 43 Minuten ungefähr. Das sind, äh, zwei Folgen ungefähr. Plus Minus. Was ist das? Europa? Ah, da geht's noch nicht weiter. Okay. Äh, ich würde einfach mal sagen, liebe Freunde, wir hören und sehen uns. in der nächsten Folge wieder. Dann fahren wir von Osnabrück. Wo fahren wir denn mal hin? Nach Düsseldorf? Ah, mal gucken, ich weiß es noch nicht. Wir schauen einfach mal. Wir haben ja noch ein bisschen Möglichkeiten hier, wo wir hinfahren können. Nach Hamburg können wir, glaub ich, noch nicht fahren. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, brumm, 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 hören wir uns in der nächsten Folge wieder vom Fairbus Simulator in zwei Tagen. Also, um, in zwei Tagen um 17 Uhr. Geht's weiter, wenn ihr Bock habt. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, let's play Fairbus Simulator, Couch Simulator, Felixbus Simulator, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, wir fahren heute mal eine ganz tolle Tour. Wir sind immer noch in Osnabrück und ich habe mich tatsächlich in der letzten Folge aus der Session oder von der Folge verabschiedet, was totaler Schwachsinn ist, weil eigentlich cut ich das ja so hintereinander. Also ich tue das dann quasi in eine Spur legen und dann cut ich da die Folgen raus. Und deshalb kann es sein, dass jetzt diese Folge hier quasi, dass ich euch jetzt begrüße zu einer neuen Folge, dabei ist das vielleicht mitten in einer anderen Folge. Das war mein Fehler, das tut mir leid. Das wollte ich so jetzt eigentlich nicht, aber das ist auch gar nicht schlimm. Wie gesagt, wir machen heute ein schönes Tour, ein Türchen machen wir heute. Ihr seht es hier schon vom Osnabrücker Hauptbahnhof über den Dortmunder Busbahnhof. Osnabrücker Busbahnhof über den Dortmunder Busbahnhof und dann schlussendlich um 16.27 Uhr wollen wir dann am Ziel sein, am Essener Busbahnhof. Jawohl, wir machen jetzt also das erste Mal eine Tour über zwei Städte. Habe ich rausgefunden, dass das geht, wusste ich vorher auch nicht. Aber das machen wir jetzt. Es kann nur sein, dass wir zwischendrin immer tanken müssen und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wo die Anzeige ist, wann wir tanken müssen. 19 Grad, das ist schon mal die Außentemperatur. 12 Uhr. Da unten. Haha. Oh, wir sind ja noch voll, Alter. Wir sind ja noch richtig voll. Wir sind so voll, wie der polnische Flixbus-Fahrer standardgemäß immer ist. So, wir schalten in den ersten Gang, setzen den Blinker, gucken in den Spiegel und dann geht die wilde Party auch schon los, wenn ich die Feststellbremse löse. Oh, da kommt einer. Hahaha. Das habe ich nicht gesehen, der Taxi, nicht? Das ist aber jetzt ein bisschen doof gelaufen. Hör mal. Fahr einfach. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Du musst mir keine Vorfahrt gewähren. Ist schon in Ordnung. Du fährst nach deinen eigenen Regeln. Ich verstehe das schon. So. Na, ein bisschen langsamer machen hier in diesem Wendehammer, in diesem Wendedingens hier. Muss man ja nicht mit 50 Sachen durchpesen. So. Und ein Bärchen. Ich bin sehr gespannt. Oh. Das haut hin, haut hin. Das passt schon. So. Einmal im Wendekreis gefahren. Und da vorne müssten wir jetzt eigentlich, dachte ich, unsere Fahrgäste einchecken. Wieso stehen die da drüben? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh. Warte mal. Warte mal. Warte, lass mich mal gerade bitte, äh, kurz hier machen. Ich muss, ich muss, ich muss zurückfahren. Das, das bringt gar nichts. Tut mir echt leid. Jetzt warte doch mal, bis ich zurückgefahren bin, Junge. Du siehst doch, dass ich hier gerade... Ja, fuck you, Alter. Ganz ehrlich, fuck you. Ich mach jetzt mal das, was man eigentlich nicht machen soll. Nämlich im Stehen lenken. So. Das gibt's gar nicht, ey. Ich dachte... Ich dachte, das geht so. Okay, warte auf. Ich muss noch einmal zurück. Mit dem Stehen lenken, das ist natürlich jetzt besonders geil. Ah, so ein Dreck, Alter. Okay. Bin ich im Gangsimmer? Im ersten. Okay. Ich dachte, die, die, die stehen da drüben auf der anderen Seite. Mann, 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 Mann. Na egal, wir haben ja genug Zeit. So ist es ja nicht. So. So. Runterschalten. Feststellbremse. Motor können wir eigentlich anlassen. Das passt schon. So. Machen wir die Tür auf. Guten Tag, Herrschaften. Sorry, es hat einen Moment länger gedauert. Ich stehe auch gerade ein bisschen schlecht. Aber das halten die schon aus. Das passt schon. Guten Tag. Wo soll ich mein Gepäck verstauen? Äh, hier. Aber ich würde dich eigentlich gerne erstmal einchecken. Aber passt schon. So, ich mache hier noch die Tür auf. Guck mal, so nett bin ich zu euch. Siehste mal. So freundlich bin ich. Äh, hier geht's rein. Wie kriege ich das hier auf? Das ist immer ein bisschen... Hecktür. Gepäckluke. Gepäckluke. Okay, da geht die Gepäckluke. Scheiß drauf. Egal. Äh, guten Tag. Dortmunder Busbahnhof. Yo. Nach Essen. Yo. Yo. Oh, das wird ziemlich voll heute, wa? Ja. Nach Dortmund. Auch das stimmt. Essen. Auch das stimmt. Guten Tag. Hm, kann man so sagen. Grüezi, mein Ticket. Grüezi. Ciao. Das Ticket. Busbahnhof. Jo. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Nach Dortmund. Auf geht's. Was mit euch zwei? Grüezi. Bitte sehr. Grüezi. Joa, wir fahren nach Dortmund. Mahlzeit. Ist das günstig? Hotel. Wo willst du denn hin, Bruder? Da steht einfach nur Hotel. Was... äh... Jakob Geyer, wo will der denn hin? Wo ist Hotel? Wo ist Hotel? Was ist Hotel? Welches Hotel willst du? Ne. Ja, ich... Oh, Alter, wir verursachen voll den Stau. Äh, ich geh mal grade rein. Ich mach hier mal alles zu. Entschuldigung. Ich bin neu. Okay. So. Dann gehen wir einmal hier hin. Ähm... Machen hier einmal nach vorne, dass wir grad kurz davor sind, dass es losgeht. Und dann fahren wir mal ruckzuck los, weil... Fahrt starten. Äh, weil... Wie gesagt... Wir machen grad einen richtig heftigen Stau. Das wollte ich natürlich nicht. Das tut mir sehr leid. Aber es ging halt jetzt noch mal nicht anders. Äh, das passiert halt einfach im Schaugeschäft, ne? Da kannst du gar nichts dran ändern. Da verursacht man halt auch schon mal einen Kilometer langen Stau. Einmal quer durch Osnabrück. Als Fernbusfahrer. Das ist einfach... Das gehört... Weißt du, das gehört einfach zum Job dazu. Es gibt Dinge, die kann man einfach nicht ändern. Und das gehörte gerade eindeutig dazu. So. Na Bärchen. Dann nochmal hier durch den Wendehammer. Ich dachte echt, die stehen da auf der anderen Seite. Na egal. Hello from the other side und sowas. Aber scheinbar doch nicht. So. Da würde ich mal sagen... Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut's doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Jawohl. Ich lasse die englische Variante einfach mal weg. Äh, weil... Ja. Keine Ahnung. Brauchen wir eh nicht. Die brauchen wir sowieso nicht. So. Geh das jetzt auch mal weiter hier. Na wunderbar. Ich dachte wir stehen jetzt hier ewig. Nichts ist ewig. Okay. Mein Nagel ist angerissen. Ja, dann gehen wir zur Nagelmanufaktur. Und wir können fahren, wir haben grün. Nice. Ich dachte ich komme da rum, aber man muss wirklich mit diesen City... Also es ist ja kein City-Bus in dem Sinn. Aber man muss mit diesen Bussen wirklich ordentlich ausholen und eine ordentliche Kurve fahren. Sonst kommt man da echt nicht rum. Ich fahre zu schnell. Bleifuß! Arschloch! Nein, ich habe es ja selbst gemerkt. Alles gut. Ich habe es ja selbst gemerkt, dass ich zu schnell bin. Alles gut. Wir fahren natürlich jetzt auch noch schön nach Regeln, damit der sich nicht in die Hose scheiße. Da ist der kleine Mats. Das ist doch gar kein Problem. Also wirklich. So. Joa, bisschen Radio oder wat? Das ist einfach eine Porno-Mucke. Jetzt neu bei Flixbus Pornos. In der Flixbus-App. Hey. Sitz Nummer 23. Du sitzt heute auf unserem Dildo-Sitz. Erfreu dich an Einführungen in dein Rektum. Bitte wat? Oh, guck mal. Der hat sich falsch eingeordnet. Was ist das? Was ist das für eine Musik, alter? WCF. Irgendwas ist da unten übrigens aus. Ah, WC-Freigabe. Ist da jemand auf der Toilette? Weiß ich nicht. Wo ist die Toilette eigentlich? Ich habe die gar nicht gesehen. Keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da absolut keine Toilette gesehen. Ich weiß es nicht. Keinen Plan. Joa. Die Poles. Präm. So. Geht das jetzt mal weiter hier. Gehen sie mal auf die andere Straßenseite. Dankeschön. Und dann würde ich mal behaupten, geht das mal hier fett in die Möbel. Oder fett in die Möse. Suchst du ja aus. Haha. Geil. Huch, warte. Hier überhaupt. Juhu. Ich muss sagen, die Musik bei diesen Sendern. Und dafür hat man tatsächlich Geld bezahlt. Also man musste für die Radiosender tatsächlich wahres Geld bezahlen. Ich glaube 3,99 hat dieses Flashbase FM Add-On gekostet. Und da läuft halt echt nur Wichse. Also sorry, aber ich meine klar, so Lizenzen sind teuer. Ich weiß. Also ich weiß eigentlich nicht, aber ne. Solche Lizenzen sind teuer. Aber ganz ehrlich, das ist ja nix. Da läuft ja nur Scheiße. Warum machen die das nicht so wie beim Oral Truck Simulator? Ich muss geradeaus weiter, sehe ich gerade. Das heißt, ich habe mich falsch eingeordnet. Und muss jetzt mal so ein bisschen Druck machen. So, Entschuldigung. So. Ja, wie gesagt, also warum macht man das nicht einfach so wie beim Oral Truck Simulator? So. 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 zu lange fährst. Oh, wir werden gerade von einem Sprinter aufrecht überholt. Ja, du hast gedacht, dass du dich vorbeilässt, mein Freund. Dann hast du dich aber geschnitten. Mach mal Tschüss, ne? So. Wenn wir an dem Bus, an dem LKW da vorbei sind, können wir rüberziehen. Ja. Super. Okay. 112 Kilometer noch bis nach Dortmund. Das läuft. Ja, das läuft. Und ich bin tatsächlich auch mal gespannt, wenn ich dann bald mein Auto habe. Dann werde ich ja auch so ein bisschen rumcruisen durch die Gegend. Wie so ein cooler Bro. Nein. Dann werde ich ein bisschen durch die Gegend fahren und ja auch immer so eine Kamera mal mitnehmen und einfach mal ein bisschen rumfilmen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Da freue ich mich auch schon richtig drauf, so ein paar Vlogs einfach zu machen. Und wenn du einfach ein Auto hast, du bist einfach so fucking unabhängig. Wenn du sagst sonntags, hey, weißt du was, komm, wir fahren mal an den Rhein, irgendwie Käffchen trinken oder sowas. Kann man es einfach machen. Oder ich kann endlich mal zum Ehrig in den Stream gehen, einfach mal hinfahren und einfach mal am Freitag mitstreamen und Samstag wieder zurück. Boah, das ist einfach so geil. Da freue ich mich so sehr drauf. Einfach richtig nice. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, auf jeden Fall. Da wird super. Also, was sind wir hier? 130 dürfen wir noch fahren. Auch 130, okay. Ne? Nochmal ein gesonderter Hinweis, dass man die 130 nicht überschreiten sollte wahrscheinlich. Boah, euch da hinten alles gut? Liebe Kinder. Ja, liebe Kinder. Ja, komm. Es war auch mal gut.